Ich bin evangelisch, weil ich bei Luther, bei Calvin und bei Zwingli gelernt habe, dass das Lebensverständnis und ein Verständnis von Gott miteinander zusammenhängt. Und ich habe erfahren in meinem Leben, dass das wahr ist. Ich habe erfahren, dass wir in unserem Leben mit einem Mitspieler zu tun haben. Wir gestalten unser Leben nicht selber und wir wählen unseren Tod nicht selber, sondern das Leben und der Tod wird uns zugespielt. Die Rede von Gott ist die Frage nach diesem Mitspieler. Was will er? Worauf will er hinaus mit unserem Leben? Es ist die Frage nach dem Warum. Warum? Ich habe bei Luther, bei Calvin und bei Zwingli gelernt, dass dieser Mitspieler meines Lebens in Jesus von Nazareth, in seinem Leben und in seinem Sterben, sein Gesicht und sein Herz zeigt. Ich habe in vielen Situationen meines Lebens erfahren, dass das wahr ist und dass ich im Vertrauen auf diesen Mitspieler, der in Jesus von Nazareth sein liebevolles Herz zeigt, mein Leben bestehen kann. Das bedeutet etwas. Das bedeutet, dass ich dankbar leben kann und nicht so zu tun brauche, als ob ich mein Leben selber bestimme und mir alles selber genommen habe. Es bedeutet, dass ich loslassen kann, ohne mich aufzugeben und ohne zu verzweifeln. Es bedeutet, dass ich mit den Schattenseiten meines Lebens, mit dem Versagen und mit meinem Scheitern leben kann, ohne mir selbst und anderen etwas vorzumachen. Und es bedeutet, dass ich hoffentlich auch im Vertrauen auf diesen Mitspieler, der in Jesus von Nazareth sein Gesicht zeigt, dann sterben kann. Sterben im Vertrauen darauf, dass dieser Mitspieler mein Leben will. Sterben im Vertrauen ... Sterben im Vertrauen ... Vielen Dank.